hey na na warum füllen sich die schränke eigentlich hier die ganze zeit auf und ich kann immer neu raus nehmen obwohl ich noch im raum drinnen werden noch der doktor der doktor flitzt mann und her dass die asiat okay die ist super aber irgendwie wo kriegt man die money dafür her frage ich mich kann man jetzt vielleicht kaufen haben die shops was für eine quest machen wir jetzt die haupt quest oder was gibt es denn alles warte mal wir haben hier sicherer ort kommt ihr warte warte bist du den tunnel erhältst ja die geschichtsstunde und sicherer ort können wir anscheinend noch nicht machen weil das geschichtsstunde steht warte bist du den zugang zu den tunneln erhält haben wir auch nicht sicherer ort gehe nach händersen und da kommen wir nicht hin anscheinend dann machen wir aus gottes wenn ich überhaupt dass die hier eine schwierigkeit angezeigt bekommt immerhin ich meine man muss sie machen oder so ist ja wurscht ja magic das können schwarze so wir sind ja wir sind schatten schatten gänger quasi dass das liegt in meinen sudanesischen wurzeln wie geil ist das denn die waffe ist ja super mega geil ja ja warum kriegt man schaden wenn die hier von der beifahrerseite auch ich sitze in der mittel ich sitze in der mittel oh fuck komm uns allein komm uns allein magst du nicht Rio ja 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 doch doch du musst doch mal gucken wie fahren wir da jetzt am besten bist du drin Hilfe oioioi oioioi Bruga kann nicht Auto fahren natürlich kann ich wo ist Rio ich bin neben dir hey hier spielt einer drinnen wie kicken wir den äh du musst auf Escape dann musst du auf Team genau Team? ich hab kein Team bei mir hier drin stehen kein Team warte mal warte mal wo müssen wir jetzt langen fortfeigen, aussteigen, Spiellobby äh ich hab überhaupt keine Map gerade ach hier ok hab trollerlobby krieg ich den dann raus Herausforderung hinweg ich hab keinen Team Punkt ähm du musst einfach in das Haupt also in dieses auch wo dein Inventar ist und deine Skills ach da da müsste dann irgendwo ganz rechts Team stehen und da kannst du auf Rechtsklick auf den Typ oder unten dann zum Kicken abstimmen habe 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 wollen wir mal ganz kurz gucken ähm sind wir richtig nö so hat die Sitzung verlassen auch schön ok wir müssen irgendwo hier raus weil hier kommt man nicht mit Auto hin glaube ich ok also zu Fuß oder was ja daneben müssen wir glaube ich jetzt rein rechts ach war ja klar ey wenn der wenn der die Asiate wieder am Steuer sitzt ja die fährt euch dahin wo ihr wollt nur nicht ja vor allem wie langsam du bist ja ich muss auch gucken wenn keiner die Karte schaut dann ich meine halte ich nicht an und fragt nach dem Weg ich glaube ich habe das Chicken gehört was hast du gehört ich habe das Chicken gehört ich habe das Chicken gehört was Chicken seit wann sind wir ein Chicken in Höhlen da ist das Chicken Chicken Schlechter ja der Sound ist immer so böse wenn man schlecht schnetzelt hier ich liebe den Chicken wirklich ich aber eigentlich aber ich eigentlich weil Vioja der Nigel ist müsste er Chicken am liebsten mögen wieso ja ist doch so nur weil ich kein Schwein esse amazing das ist Unlockbar sem be weiß nicht oder meines der jetzt minist ja nebenh터� besuchen reparierst du wirklich neben hey warum rund's dir hier runter weil genau das vorhin auch passiert ist ja bald lee Ich packe hier meine Miene hin, wir sehen, ob es funktioniert. Boah, hört auf mit so einem Scheiß. Ich will nicht schon wieder so eine Folge wie letztes Mal, dass wir nur sterben. Oh, geil. Nein, das ist nicht. Geht nicht, schade. Können wir hier vorne durch jetzt? Ja, ein Glück. Pass bloß auf, ich habe noch Granaten. Oh, explodiert Zombie. Sekunde. Du, freches Zwie. Was geht denn bei dir ab, ey? Au. Och man, ich war da weit genug weg. Freaky, rette mich. Hinter dir. Oh, 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 oh. Wo bin ich denn? Okay, ich sehe schon schwarz. Oh, nickel. Ach nee, das war, war Rio. Schwarz alles, nee, das war Rio. Ja, ja. Nein. So wird wirklich alles dunkel. Wenn ich komme, oder was? Wenn ich komme, wachsen nuttengraue Strähnen, Digga. Ich spüre eine gewisse Übelkeit, Geräte. Ach, guck mal. Ich spüre das Missionsgebäude, okay. Oh, nein. Ach, wasser schlafen war von schon ganz passend. Also. War stallos. Stammlos. Ach, das hier waren wir doch schon mal. Okay. Ja, hier gibt es, hier hat, wer hat das entwickelt, Techland, ne? Ja. Die haben hier drinnen das Entwickler-Video gezeigt, diese diese Weltüberlebensmodus gezeigt haben. Wahrscheinlich kommt das jetzt auch gleich. Nö, das ist doch kacke. Hat mir nämlich sogar schon. Warum baut man sowas ein? Das will doch keiner. Ich mag das. Das Power-Defense ist doch weg. Nö, ich mag Power-Defense. Oh, Geist. Ich muss hier eine Bombe legen. Hau ab, da, haut ab da. Ja, hast du früh gesagt, ne? Oh, warte, ich hebe dich auf. Danke. Bitteschön. Ja, danke. Nein, da ist noch einer. Hinter dir. Oh, oh, warte, warte. Das kann man die Band... Oh, da ist ja schon wieder einer. Sag mal. Ich habe eine Pistole gefunden. Wir haben schon wieder einen Besucher, ne? Schon wieder. Hallo? Boah, wie krass geil diese Betonungspistole ist. Ach, lass mir den halt mitspielen. Ich bin dagegen. Na, 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 na. Ich bin auch gleich dagegen. Sekunde. Du musst du umstellen. Das kannst du umstellen. Ja, wo? Ich bin doch nicht. Spiel Lobby. Oh ja, und dann wo? Und dann kannst du irgendwie... Nö. Du bist doch haust, oder nicht? Ja, ich kann aber nix. Ich kann dann nur... Musst du, glaube ich, bei Spielstart schon, wenn du anfängst zu hausten. Kann ich nicht. Dann mach mal bei Optionen. Optionen. Da komme ich nur an meine Spieloption rein. Da kann ich bei Online auch nix umstellen. Das ist blöd. Ja. Das ist scheiße. Geht nicht. Haben wir... Ist ja gekickt schon, ja, ne? Ja. Ja. Die Leute kommen sich auch verarscht vor, weißt du? Warum? Die sind doch selber schuld. Ja gut, das sind ja andere. Selber schuld? Warum joinen die uns? Warum benutzen sie dieses Feature überhaupt? Du hast ein paar Städte gefunden, Arte. Sie leiden in ein paar kleine Flüge. Und auf einmal sind wir die ganze Zeit da immer drei Leute nachgejoint. Und da hab ich gemerkt, so, oh, ich hab hier Online-Koop öffentlich eingestellt. Ich hab jetzt endlich mal ne ordentliche Schiffswaffe hier. Vielleicht kann ich etwas ausführen. Oh, da schneide ich also. Schade. Ich wäre gerne hier unten tauchen gegangen. Hä? Hä? Dum dum dum. Du musst uns verteidigen. Ja, das auch. Genau. Du bist ziemlich sicher. Oh, guck mal, der Energietrink erblinkt. Oh, nein. Was, wer jetzt gleich steht? Oh, der Zombie. Jesus, das war knapp. Hätt' eben nicht den Arm anpacken können? Hm. Dein Arm. Das wär cool gewesen, aber ich glaub, er wurde trotzdem gewissen, oder? Sieht so aus, ja. Ja, super Idee. Nimm die mit. Ja. Okay, Trevor, get us out of here. Aber er ist viel, er hat viel mehr Spaß beim Bootfall als wir. Da war schon von zu viele Zombie-Filme gesehen. Ich würd' so jemanden gar nicht mehr mitnehmen. Naja. Direkt Extremitäten abhacken, oder gleich da lassen, fertig. Lass doch nicht sentimental sein. Eine Schallmine in Rachen stopfen und ihn von Bord stoßen. Und dann das Schauspiel. Oder einfach, molliser Kopf werfen, muss auch immer sehr lustig sein. Dann das Schauspiel genießen. Oh, komm mal, wir können eine Zäune aufstellen. Die Nische. Och, nö. Das heißt, da geht's gleich wieder ab. Ja. Ja. Ich leg schon mal ein paar Minen. Oh, eine Harpune. What? Fuck yeah, eine Harpune. Die Tante hier oben. Oh, stimmt, wir kriegen noch festbelohnung. Ich hätte gerne eine Sache. Welche Tante, wo? Da, wo der Vokal ist. Hallo. Oh, wie gut. Ja, ich kann sie nicht nehmen. Nö. Keine Inventar mehr? Inventar mehr? Hat hier keiner mehr was zum Handeln? Da hinten sind die Tanten. Irgendeiner von denen hat doch bestimmt Muni für die Armenbrust. Ja, die hätte ich nämlich auch ganz gerne. Medi-Kids. Also eine Harpune ist schon geil. Ja. Wahrscheinlich kannst du auch wieder schön die Peile einsammeln. Nennt man das Peile oder Sperre? Ah, hier, der hat einen Harpunen-Munition. Ich hab immer an, wenn ihr sowas macht. Hast Harpunen-Munition gefunden? Wer hat Harpunen-Munition? Ja, Harpunen-Munition, der Typ hier. Der mit den stumpfen Waffen. Kauf mir davon jetzt erstmal einen Haufen. Oh ja. Du kaufst einen Haufen? Einen Haufen kaufen. Einen Haufen Munition. Ich weiß gar nicht, Nagelpistole, die find ich gar nicht mehr so geil. Die könnten wir auch mal loswerden. Das Stress ist zu viel. Macht gar nicht mehr so viel Schaden. 810, naja. So 19 Munition hab ich jetzt. Du brauchst die gekauft, da wo... Wo ist Rio? Rio, Rio, Rio? Hier bei Trevor. Der im Karo-Hemst. Ja, das ist lustig. Ja, hier unten, da wo die ganzen Hitler stehen. Jetzt sind Hitler stehen, okay. Da wo die ganzen... Da wo die ganzen Hitler stehen, ja. Boah, Betäubungsbombe. 10.000 Bupen. Oh, geil, die greifen wir schon an. Ernsthaft? Der Hit zumindest. Deo-Bombe? Wie gut ist das denn? Die gab's auch schon im Ernst. Na gut, dann probier ich die mal aus. Brauchst du die denn, die Deo-Bomben? Ja, hier, aber da wo die drei Händler rumstehen. Da wo wir vorhin drin waren, wo du ins Wasser wolltest. Also man kann die Harponen wieder rausziehen. Ah. Decken rein und ziehen raus. Aber ich bin jetzt trotzdem doof. Man hat hier über Munition, aber ich hab das ganze Spiel noch keine Schrotplatte gesehen. Bin ich sehr bescheuert. Ja, das ist mit der Schrotplatte-Munition ist sowieso... Den hab ich nicht viel eingekauft, aber ganz viel Explosionswaffe, also so Sachen zum Werfen. Das freut den Bru sicherlich. Oh, jetzt kommt der nächste, da ist er wieder ein Kill. Ja, ich kill dich gleich. Da geht er wieder. Hast du gekickt, oder? Hä? Hast du gleich gekickt? Nö, ich hab da gar nichts gekickt. So. Wurfwaffen, medizinische Ausrüstung. Hab ich da mal was? Oh, die hat sogar Deo-Bomben. Ja. Hab ich mir gleich mal 15 Stück gekauft, die sind extrem gut. Die waren ja schon im ersten Teil. Ja, ich hab auch einige gekauft davon. Bin ich jetzt zwar aber geldlos, weil ich jetzt auch die ganzen Schusswaffen im ersten Teil habe. Das ist mal... Das ist mal ein bisschen sehr immer, dass man sich so mit denen eindecken kann, finde ich. Ja, das ist richtig geil. Aber wenn die da jetzt schon stehen, dann brauchen wir das wahrscheinlich auch gleich. Also... Ja gut, aber die haben sie ja überall immer im Angebot. Naja, ja, doch. So, ich leg mal ein paar Mienen an den Eingängen, ja. Also denkt, passt mal auf. Ja, mach. Boah, der hat... Da gibt's einen schottischen Langdolch für die Quest. Der ist episch. Such die Schlammpumpe. Was? Such die Schlampe? Ja. Fallmine. Sollte ich vielleicht dicht drauf treten. Ich glaube... Das ist Minen gehen eigentlich, also Granaten sind gefährlich. So, hier in dem großen Raum ist noch eine, ja. Die liegt da direkt neben dem Zaun. Alright. Äh, gut, wie holen wir jetzt die... Oder wo holen wir die Bombe, besser gesagt? Wo gibt's die? Was für ne Bombe? Äh, 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 nicht Bombe. 460 Meter. Puppe. Ist das jetzt ne andere Quest? Ich weiß nicht, was ich noch nehmen soll. Suche die Schlammpuppe. 460, 450 Meter? Müssen wir es noch gar nicht verteidigen? Hey, yo! Let's do it to you! Näh, scheinbar nicht. Ich stell die Zäune aber gerade schon mal auf, weil es lustig ist. Okay, dann können wir ja raus. Also, ich geh noch nicht vorbei, wo die Mine liegt. Die Mine explodiert davon nicht. Oh, toll, jetzt müssen wir genau dorthin, wo wir schon mal waren. Richtig. Wo ist die Schlammpump? Was? Ist explodiert? Ich hab hier eine D-Bombe in die, ähm, Wasserleichen geworfen. Wir können auch schnell reisen, ne? Ja, dann machen wir das, würde ich sagen. Machen wir das. Gehen wir zu... Dann kann ich meine Minen ja wieder aufheben. Marix Marina. Ja, ich lebe meine Minen mal eben auf. Nuss Waffe, trolle, no, 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 no. Ja, die habe ich auch noch, aber die ist mittelweiter richtig schwach, die Pistole. Ich hab gerade eine neue gefunden. Ich hab auch eine neue bekommen. Wirst? Wo habt ihr die her? Die Lacken in der Kiste irgendwo drinne. Und die ist, ich hab die jetzt auch abgegradet und die ist jetzt auch relativ gut. Also eine Trägepistole, okay, mach ich auch mal ganz fixen. Die haben wir durch irgendwas bekommen. Wie, die Lacken in der Kiste? Warum kann ich die? Oh, das ist ja gemein, ich kann die nicht nutzen. Stufe 42. Ah no, arme Sau. Ja. So, als habe ich nicht mehr Geld gehabt, um sie gescheit abzugraden. Habe ich alle, ich glaube, ich habe alle Minen aufgehoben. Oh, jetzt geht's schon los. Oh, ich vergatt, ob wir kaufen. Oh. Duh. Duh. Jetzt los, Kerle. Also 60 Meter, du mal? Ist doch easy. Neh mal, fäng. Oh, alter, Kopfschüsse bringen die sogar, was bei den Zombies hier. Ja, ja. Ich stehe. Endlich mal wieder ein bisschen rumballern. Das finde ich gerade ein bisschen doof hier. Also das haben sie echt zu schwach gemacht. Und Waffen sollten viel rara sein, außerdem. Das hatten sie ja im ersten Teil schon relativ wenig. Am ersten Teil war es schon cool gemacht, weil, ich meine, die, die Schießereien gegen die Banditen, die fand ich immer sehr gut, muss ich sagen, weil die war noch relativ anspruchsvoll. Ja, aber die waren ziemlich doof, groß geteilt, die Typen. Granate. Oh, ich habe sogar getroffen. Ich habe da Harpudel reingeworfen mit dem Ding, da reingeschossen. Das macht den Explodierer, der Schmackte. Aber der Witz ist, der Witz ist, die Harpudel bringt eigentlich gar nicht so viel, bei denen wir gerade. Ne. Ich habe mal die ganze Scheiße jetzt auch wieder geholt, also das bringt wirklich nicht viel. Oh, ich habe keinen Schaden bekommen. Oh nein. Ich habe noch mal die fette Lampe aufgeprügelt hier, Alter. Warte mal, da sind welche drin, ich lege meine Mine vor. Ja. Aber mach mal auf. Geht nicht auf. Komm, ob du fall you. Na ja, gut. Verschick dich rein. Alter, der ist aufgesprungen, da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken gerade. Fast. Gerade ein bisschen, fast. Ich habe mich gerade ausschrocken. Warte mal ausdrucken. Leiter hoch und dann über das Dach schrocken. Ich habe ohne. So geil. Cool. Okay. Irgendwie muss man da drüber springen. Oh, Alter. Was? Bist du tot? Nein, ich bin runtergefallen. Da kommt doch her, wir müssen da noch rum. Ich muss erst mal ganz außen rumlaufen, bin auch runtergefallen. Da war nur Leiter, dann hätte es so hochgehen können. Ja. Ich wollte über diese Poller springen außen, das geht nicht so ganz. Doch, doch, es geht. Also die Poller nicht, du kannst es aber mit einem kompletten Satz schaffen. Aber die Poller. Die Poller. Ich bin da drüber gesprungen, ganz rechts. Okay. Ich werfe eine Granate runter. Ach, du hast schon. Die roten Fässer. Ey. Warum die roten Fässer nicht benutzen, wenn sie schon da sind. Also ihr seid oben, ja? Nee, unten. Also bin ich noch die Dächer geklettert. Alter. Fuck it. Oh, weg, 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 weg. Und ich bitte nicht mehr schmeißen. Ich habe nichts weiter geschmissen. Oh, Leute. Du warst, ich habe, das war schon, äh, hatte schon geschmissen, bevor du das gesagt hattest. Hm. Ja, ist so. Aua, Feuer. Ich habe euch immer Angst. Ich will, ich sehe gar nicht mehr rangehen. Ich brauche mich nicht. Ich habe euch immer Angst. Bei euch habe ich immer Angst. Ich habe eine Schwerlastpumpe. Oh, hier ist was Reißklauen-Mod. Das glaube ich, dass wir uns nicht sagen. Weißklauen kann so viel überall. Reißklauen kannst du aufnehmen. Ist doch für alle. Reißklauen-Mod. Flüssig-Feuer-Feuer-Mod-Angriff mit Flächeneffekt. Ja. Wofür brauchen wir diesen Motor? Hier müssen wir den wirklich jetzt mitschleppen, oder was? Wasserpumpe. Ah, wir müssen wahrscheinlich jetzt den Keller da leer pumpen, oder was? Ja. Ah, ich habe gar nicht Zugang, was wir machen müssen, um ehrlich zu sein. Ja, der sagt irgendwas, der will den Untergrund frei haben und dafür brauchen wir die Pumpe, bla. Ja, die müssen wir jetzt rüber schleppen, oder was? Ja, mach dir mal. Die müssen wir jetzt nicht wirklich 64 Meter schleppen. Nee, nee. Da war doch so eine Schnellreise vielleicht. Ja, aber ohne das Item. Da ist ein Boot. Du kannst es im Boot packen. Pack's im Boot. Geht das? Nee, davon ist doch schnellreise. Ja, aber das Item geht das nicht. Da glaubst du noch nicht ernsthaft dran. Meinst du das mal probieren? Ja, dann musst du wieder zurück das Ding neu holen. Nee, komm, lass die paar Meter lieber laufen. 450 Meter? Komm, wir probieren das einfach mal mit dem Schnelleiser. Ja, dann halte ich mir bitte die Zombies vom Hals hier. Bin dabei. Was heißt denn das Ding überhaupt? Mission Santa Maria. Ah, guck mal. Oh, hör auf mit sowas Reh um. Ich schmeiß das nur aus dem Weg. Ja, 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 ja. Ich wollte überhaupt nichts machen. Alles cool. Ich bin grad gestorben. Ich bin auch tot. What the fuck? Ich rette euch mal. Wir haben wohl gepackt. Aber hier ist das Quest hier. Das scheint okay. Nee. Hast du die Pumpe jetzt mitgebracht? Nö, die ist weg. Hab ich ja gesagt. Ich bin ja scheiße, beim Kleister. Und ich bin beim Herkommen direkt einfach mal gestorben. Ich auch. Das ist ja scheiße, ey. Oh man. Ja, dann müssen wir leider nochmal. Ja, und nochmal. So, Mariks Marihuana. Hm. Das ist die Pumpe. Aber sie liegt doch hier. Also, das ist gut. Oh man, was? Gibt es hier irgendwo ein Auto, lieber? Kann man die nutzen? Doch, da vorne müsste man stehen. Na komm, lass sie. Kleine Asiaten tragen hier. Da fangen. Boah, ich stelle mir das alleine vollstressig vor. Ja. Kannst du mir zuschleihen? Kram rumschleppen und auch Zombies abwehren. Das ist bestimmt eine Pracht. Weil ich hole mein Auto. Achtung, ich werfe da mal kurz was hin, damit ihr den Weg frei habt. Also Teil 1 ging das ja noch wunderbar. Da konntest du ja auch so Saftcontainer in den hinten rein, ne? Ja, das war geil. Da gab es ja einen Tankstellen, bis du ja am Anfang des Spiels. Das war cool. Benzin und Saft. Genau, da musste man das erste Mal das so anwenden. Da muss ich sagen... Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Auf der ersten Insel fand ich es recht sexy und dann, naja. Oh oh. Es sieht aus, wie du die Trader hättest so eingeschissen, ohne Scheiß. Du solltest mal nicht die kleine Zierliche Frau so einen Motor tragen kann. Du solltest nicht mal die Slip-Einlage wechseln, ey. Lol, man kommt ja nicht rüber, Leute. Wirf's mal rüber, wirf's mal rüber. Ja, geht. Oh, du hast ein paar Zombies, ne? Nicht umfahren? Ich kann's hinten drauflegen. Ja, ja, ich würde nur die Zombies kurz weg machen. Nicht überfahren, danke. Hast du es gemacht, hinten drauf? Ja, ist es drin, es ist hinten drauf. So. Oh, Vorsicht. So, ich muss wieder hinten rein, ja, ja. Warte mal, wo muss man lang? Ähm, untenrum, okay? Also muss ich wenden. Schön untenrum. Wir müssten auch Pause machen, Leute. Ach, war's das schon? Ja, schon wieder. Okay, dann machen wir vor dem Hawaii-Schild, dann geht's da gleich weiter. Ja, schön neben den Zombies. Na, gute Idee. Ja, ja, hier bei dem Hawaii-Schild. Also. Bis. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.